Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Heute geht es um das Thema mobiles Arbeiten und was wichtig ist, wenn ihr mit einem Laptop arbeiten wollt. An dieser Stelle möchte ich erstmal Nvidia und Computer Universe danken dafür, dass sie mir die Chance geben, hier ein Produkt zu testen und euch nicht nur das Produkt vorzustellen, denn darum geht es eigentlich gar nicht in dem Video, sondern das Ganze drumherum. Also Nvidia Studio, was ist wichtig für mobiles Arbeiten? Wie kann man das Ganze optimieren? Gerade wenn man Profi ist und es wichtig ist, dass Performance geboten ist. Da gibt es einige Sachen, die man beachten sollte und eine Sache davon ist das Nvidia Studio Zertifikat. Was das genau ist, dazu komme ich gleich nochmal. Erstmal stelle ich euch den Laptop vor, damit ihr wisst, auf was für einer Grundbasis wir uns bewegen. Um genau zu sein, ist das hier der XMG Pro 16 Studio. 16 Zoll IPS Panel, 2560x1600 Pixel haben wir hier, deckt 95% des sRGB Farbraums ab, 240 Hz oder optional auch 60 Hz einstellbar. Was ganz wichtig ist, gerade für uns Content Creator, es kommt direkt aus dem Werk Hardware farbkalibriert raus. Und was ich sehr schön finde, wir haben hier ein schönes mattes Display. Natürlich ein paar Hardfax müssen auch sein, damit man versteht, wie die Leistung zustande kommt. Intel Core i9 Prozessor mit bis zu 5,4 Gigahertz. Wir haben hier eine Grafikkarte von Nvidia, eine RTX 4070 mit 8 GB RAM verbaut. 32 GB RAM insgesamt Arbeitsspeicher, 2 TB SSD M.2 Festplatte innen drin verbaut. Und natürlich haben wir auch ein paar Anschlüsse. Auf der Seite haben wir Micro SD Kartenslot, USB-C, USB 3. Dann haben wir hinten, was ich sehr cool finde, dass das hinten ist und nicht irgendwie an der Seite, weil so kann man so ein bisschen Kabellage nach hinten legen. Einmal Strom, USB-C, HDMI, Displayport und auch der Netzwerkstecker, finde ich auch sehr wichtig. Und auf der anderen Seite nochmal USB 3 und ein Mikrofon und Kopfhörer ein- und Ausgang. XMG ist übrigens ein Hersteller für Freikonfigur über Notebooks und Desktop-PC seit 2009. Diese werden komplett in Deutschland gefertigt und glänzen mit einer sehr guten Aufrüstbarkeit. Aber ich habe es ja schon gesagt, der Laptop an sich ist nicht das, was ich euch zeigen möchte, so was ich euch vorstellen möchte. Es ist nur wichtig zu verstehen, welche Grundlage wir uns hier bewegen. Das hier ist nur das Gerät, womit ich das zeige, was ich eigentlich zeigen möchte. Es geht um das Nvidia Studio Zertifikat. Das ist ein Zertifikat, was Nvidia ausstellt für gewisse Computer, auch Notebooks, womit man garantiert, dass die perfekt oder optimal für Content Creator ausgelegt sind. Also egal, ob es jetzt 3D-Animation ist oder Videobearbeitung oder Fotobearbeitung, alle möglichen Arten von Content Creators werden hiermit angesprochen. Natürlich müssen diese Geräte gewisse Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt dieses Zertifikat von Nvidia zu erhalten. Also sei es zum Beispiel der Prozessor oder das Display oder auch vor allem die Grafikkarte. Da muss eine gewisse Grafikkarte ab einem bestimmten Modell sein, beziehungsweise auch die Leistung im Computer muss hoch genug sein, damit das alles gewährleistet ist und damit alle Komponenten auch gut miteinander funktionieren. Früher habe ich, wenn ich nach so Laptops zum Beispiel für die Arbeit gesucht habe, dann habe ich das gar nicht so sehr beachtet, beziehungsweise habe ich immer mehr so Richtung Gaming-Laptop oder so geguckt, weil ich wusste, okay, Gaming-Laptops, die sind für Performance ausgelegt. Performance ist ja gut auch für die Videobearbeitung oder für die Content Creation. Das bedeutet, das wird schon gut funktionieren. Was ich bisher aber noch nicht so auf dem Schirm hatte, ist, das geht noch ein Stückchen besser. Und ich habe jetzt gemerkt, ich kann mein Home-Setup, was ich hier zu Hause habe, also mein Standrechner, damit auch nochmal optimieren, denn da kommen wir zu den Treibern. Es gibt einmal die Game-Ready-Treiber, die vermutlich jeder von euch kennt, der auch mal zockt. Das sind Treiber, die mehr oder weniger tagesaktuell erscheinen, damit die neuesten Spiele auch bestperformant funktionieren. Was aber nicht bedeutet, dass unsere Software, zum Beispiel Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Lightroom, das ist alles Software, die ich jetzt hier getestet habe, dass das auch damit gut funktioniert. Und dann gibt es die Nvidia-Studio-Treiber. Die Nvidia-Studio-Treiber, die kommen nicht alle paar Tage oder jedes Wochenende irgendwie raus, sondern da sind schon ein, zwei, mehrere Monate vielleicht zwischen den Updates dazwischen. Dafür werden sie getestet, optimiert, solange bis das Ganze wirklich optimal für das Setup funktioniert oder für die aktuellen Komponenten funktioniert. Das habe ich nicht gewusst und da gibt es tatsächlich auch Unterschiede. Also ist das jetzt ein Punkt, den ich zukünftig auch beachten werde, wenn ich in neue Computer investieren werde? Wie schaut es denn da aus mit dem Nvidia-Studio-Zertifikat? Kann ich Nvidia-Studio-Treiber nutzen, damit meine Software, DaVinci Resolve, Premiere und so weiter und so fort, noch performanter funktioniert, noch schneller die Renderings und das Exporten funktioniert und ich damit auch Zeit spare. Das Ganze ist ja schön und gut, aber spannend wird es erst, wenn man es wirklich sieht und fühlt, wie sich das Ganze hier verhält. Ich habe hier ein Notebook und vor mir steht mein Standrechner. Ihr wisst es, ich sitze hier in meinem Studio-Setup. Hier ist mein Arbeitsplatz, hier habe ich meinen Standrechner. Der hat mehrere tausend Euro insgesamt gekostet und ist auch ein performantes Biest. Aber ich muss sagen, als ich hier ein Projekt aufgemacht habe, was ich hier drauf geschnitten habe und hier drauf jetzt nochmal ausprobiert habe, ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht tauschen sollte, weil das hier wesentlich flüssiger funktioniert hat. An meinem Standrechner musste ich Proxys erstellen, um das Projekt flüssig abspielen zu können. Hier konnte ich direkt ohne Proxy-Erstellung in Premiere oder auch in DaVinci Resolve das Projekt öffnen bzw. bearbeiten, hin und her spulen, abspielen, vorwärts, rückwärts, ganz egal. Dann habe ich auch mal Bildbearbeitung ausprobiert, Lightroom aufgemacht und gerade dieses Reinzoomen in ein Bild und hin und her wackeln, das ist immer etwas, was Ressourcen frisst. Auch das hat reibungslos funktioniert. Und wer jetzt denkt, damit kann man jetzt nicht spielen, weil da sind ja die Nvidia Studio Treiber drauf. Ne, ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Man kann tatsächlich hin und her tauschen. Je nachdem, was ich mache. Kriege ich gerade Content? Arbeite ich mit DaVinci Resolve oder Premiere oder so? Dann aktiviere ich einfach die Nvidia Studio Treiber. Und das mache ich ganz einfach über die Nvidia GeForce Experience App. Da gehe ich einfach rein und kann entweder Nvidia Studio aktivieren oder ich will gerade ein bisschen zocken. Kann ich mit dem Teil natürlich auch machen, weil performant genug ist es natürlich auch fürs Zocken. Dann aktiviere ich die Game Ready Treiber und das ist dann fürs Zocken optimiert. Aber ich habe es ja schon gesagt, es soll nicht nur um diesen Laptop gehen bzw. um Nvidia Studio, sondern um das grundsätzliche Arbeiten und was da wichtig ist und wie man das Ganze angehen sollte, was für Vorteile es gibt. Und das besprechen wir einfach mal draußen. Hier ist ein schöner Park mitten in Berlin und ich habe den Laptop dabei. Einen kompletten Computer. Und das ist natürlich ein großer, großer Vorteil und der offensichtlichste Vorteil Mobilität. Ich habe hier mein komplettes Computersystem jetzt gerade dabei. Ich habe Adobe Premiere, Photoshop, DaVinci dabei. Ich habe alles dabei, was ich brauche, um ein komplettes Projekt zu schneiden und muss dafür nicht unbedingt zu Hause sein. Alles hier drin. Ich kann ihn hier aufmachen, den Rucksack, den Laptop rausholen und zack direkt loslegen, wenn ich das möchte und kann einfach hier das schöne, angenehme Herbstwetter genießen. Ich habe hier alles, was ich brauche und nicht nur Maus und Tastatur in Begriffen, sondern auch die Webcam und Lautsprecher und Mikrofon. Ich kann also ohne Probleme auch ein Videocall machen und das habe ich auch gemacht. Ich habe dafür die Nvidia Broadcast App benutzt, um meine Webcam noch ein bisschen aufzuwerten und auch vor allem den Sound aufzuwerten. Denn mit künstlicher Intelligenz wird da zum Beispiel Hintergrundrauschen entfernt und einfach ein klarer Sound geliefert. Sowohl für die Person, die mich hört, als auch die ich höre. Deswegen habe ich mir den Thomas Fenrich, ein Sony Creator und Ambassador und Lifestyle People Sport Fotograf zur Seite genommen. Denn wir haben uns letztens ausgetauscht und da stellte sich heraus, dass er nur mit einem Laptop arbeitet und keinen Standrechner mehr hat. Und da wollte ich einfach mal seine Erfahrungen mit hier integrieren. Mein Setup besteht aus einem Laptop, externer Monitor, weil ich das Laptop auch immer geschlossen habe. Also ich benutze nur den externen Monitor dran. Die ein oder andere Festplatte bzw. Synology ist dran. Tastatur, Maus, Grafiktablett, ein paar Peripheriegeräte. Der Umstieg war vor ziemlich genau zwei Jahren. Bis dahin habe ich knapp 20 Jahre lang immer mit parallelen Rechnern gearbeitet, sprich stationär und die mobile Variante. Ich habe mich mit der Thematik Peripheriegeräte natürlich intensiv auseinandergesetzt, weil ich keine Lust hatte, jedes Mal 25 Kabel an- und abzustecken. Und habe dann eine ganz gute Dockingstation-Lösung gefunden. In meinem Laptop ist eine 2-Terabyte-Platte drin. Da sind auch nur die Daten drauf, mit denen ich aktuell arbeite, sprich wenn ich eine Produktion habe. Wenn die Daten dann fertig sind, sprich an den Kunden abgegeben sind oder wenn das Projekt fertiggestellt ist, dann wandert es bei mir auch vom Laptop auf eine Synology NAS. Da ist mein komplettes Archiv drauf. Großen Dank an Thomas für deine Zeit auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr interessant, mich da auszutauschen, weil ich auch sehen wollte, wo da die Parallelen sind bzw. Unterschiede. Gerade der Punkt mit der Datenspeicherung ist so ein riesengroßer Punkt, denn mein Standrechner hat sehr, sehr, sehr viele Terabyte an Festplatten verbaut. Das kriege ich hier in so einen Laptop nicht rein, aber es gibt natürlich andere Lösungen wie ein RAID. Wenn ich jetzt hier umsteigen würde von meinem Standrechner auf ein rein mobiles Setup, dann würde ich auch, was die Peripherie angeht, erstmal so aufgestellt bleiben. Ich würde mit meinem Hauptmonitor arbeiten. Das ist ein 34-Widescreen-Zoll-Monitor. Dann habe ich noch einen Hardware-Verabkollibrierten Monitor von BenQ, 32 Zoll. Ich würde den Laptop so einrichten, dass ich den zuklappen kann, als Tower sozusagen benutzen kann und dann meine beiden Monitore, meine Tastatur, meine Maus trotzdem dafür benutze. Weil mit Maus ist es doch wesentlich angenehmer und auch mit einer externen Tastatur, wenn man an einem Schreibtisch sitzt, einfach die Entfernung nochmal anders ist. Dann finde ich den Gedanken sehr interessant, dass ich jetzt einfach nur noch ein Kabel abstöpseln muss, so wie der Thomas das jetzt auch erklärt hat. Das Teil einfach einpacke, mitnehme, egal ob es jetzt im Zug ist oder an Set oder sonst irgendwo auf einer Reise, einfach aufklappen kann und dann meinen Projekten weiterarbeiten kann. Zum aktuellen Zeitpunkt sehe ich noch nicht die Notwendigkeit, für mich meinen Standrechner auszusondern, weil der immer noch performant genug ist, um mit aktuellen Projekten klarzukommen. Aber ich merke tatsächlich hier und da mal, dass das schon so langsam in die Jahre kommt. Und wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel auf Computer Universe, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, da gibt es extra eine Seite Nvidia Studio Notebooks. Und da kann ich einfach runterscrollen und mir anschauen, was es für Notebooks gibt, die Nvidia Studio zertifiziert sind. Und da gibt es nicht nur die Informationen zu Nvidia Studio, sondern verschiedene Hersteller sind hier aufgelistet, verschiedene Notebooks und auch die von XMG in verschiedenen Konfigurationen. Und falls man jetzt nicht die Wunschkonfiguration von dem XMG hier findet, dann kann man auch auf die XMG Seite gehen. Und da im Shop nachschauen. Und das finde ich echt schön, weil es mir die Sache deutlich erleichtert. Ich muss jetzt als Content Creator nicht sonderlich viel Zeit investieren, um mich jetzt mit Computer, Hardware und so zu beschäftigen. Ich für meinen Fall kenne mich relativ gut aus. Ich bin kein Mega-Computer-Nerd, kenne mich aber ganz gut aus. Aber es gibt Leute, die einfach Content kreieren, die Videos produzieren, die Fotos machen, die sich aber mit Computern null auskennen. Die wollen einfach ein Ding haben, was gut funktioniert. Und da finde ich das echt gut, dass man hier so eine Seite hat, wo einfach Sachen aufgelistet sind, Computer aufgelistet sind. Und ich weiß, okay, entweder Studio-Zertifikat ist schon mal durch. Das heißt, da bin ich schon mal auf der sicheren Seite und muss mich damit nicht weiter sonderlich beschäftigen. Guck nur noch mal nach den weiteren Wunschkonfigurationen und natürlich beim Preis. Aber wie haltet ihr das Ganze? Arbeitet ihr mit einem Standrechner oder mittlerweile auch wirklich nur noch mit einem Notebook? Schreibt es gerne runter in die Kommentare. Lasst uns da gerne austauschen. Falls ihr noch weitere Fragen zu meinem Video habt oder Anregungen, runter damit in die Kommentare. Und schreibt gerne rein auch, was ihr für einen Laptop habt zum Beispiel oder worauf ihr da großen Wert legt, was euch wichtig ist. Die Größe, das Display, soll es eine große Tastatur haben, eine kleine Tastatur. Das sind ja alles so individuelle Wünsche und für jeden ist ja das Passende dabei. Es gibt ja kein richtig oder falsch dort, sondern einfach nur das, was man braucht. Und falls euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, Daumen nach oben, kostenlos abonnieren, Abo-Glocke aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann.